Hallo zusammen. Hi everyone. In diesem Video möchte ich euch noch mal eine Swipe Technik machen und zwar mit Weiß, mit Purple Rot, also Purple Red, das ist von Lascaux. Die Farben ist Pearl Acryl, also wie so Metallic Acryl und Yellow Green, also Grün-Gelb. Okay. In diesem Video mache ich eine Swipe Technik, mit Lascaux, von Thrift, und es ist Pearl Acryl, sieht aus wie Metallic, hat es Grün-Yellow und Purple Red. Okay. Ich habe hier einen Keilrahmen, das ist ein alter Testrahmen, den habe ich glaube ich mit Alkohol probiert. Und der Rahmen ist 30 auf 40 cm. Das ist mein olden Canvas, das ist ein Test-Canvas. I do this, I think, with Alkohol, purple, and is 30, also 30 of 40 cm. Okay. Was ich habe, Titan Weiß, nehme ich als Untergrund. This is Titan White. I do this with, for the endogram, for the surface, and Purple Red and Green Yellow. Also Titan Weiß und dieser Purple Rot und Gelb-Grün. Okay. Was ich noch rein mache, ist, das mache ich aber nachher noch Silikon. I do it silikoned here, but now we start with White. Ich fange jetzt erstmal mit Weiß an. Bedecke die ganze Fläche. Bedecke the White of the surface. Okay. Was ich angemischt habe, ist 50% Flutroll und 50% Medium Vomboese. Das macht es noch. Das macht das, was ich vor, hat das Funktioniert was, was ich noch etwas anderes in das die Flügel und 50% Medium Vomboese. Das macht es noch 50 ertre, das macht es noch 50% Flutroll und 50% Medium Vomboese. Ich mache es mit der Flügel. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. We got new gloves, it's better. And now, we take silicone in there. Also, zum Beispiel Silikon reinmachen. Ich mache ja auch ein bisschen mehr Silikon rein. I do it a little more Silikon in there. Not five drops. I'll say ten drops. Okay, das ist, glaube ich, genug. Setzen ab. Check them good. Also, ich höre das wohl. Okay. Good. 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 Amen. Okay. Vielen Dank. Also ich gucke gleich hier jetzt die Kante mit so ab, kind of that closed edge, and a little purple, okay. Irgendwann ist es genug, es ist genug. Was ich mir vorbereitet habe, ist im Prinzip ein altes Papier, aber ein dickes Papier. Ca. 300 Gramm, ich glaube ein bisschen mehr. Das ist ein Papier mit 300 Gramm. Okay, jetzt ist es fertig. Jetzt wischen wir mal drüber. Okay. Was mir jetzt halt nicht gefällt ist, dass der alte Untergrund hoch scheint. Hoch scheint, genau. So. We can see the old surface, it's not cute. Ich schaue mal, ob er ein bisschen weißer aussieht, aber es sieht nicht so aus. Okay. Okay. I don't have white. Okay, then we do it again. Was einfach nochmal drüber. Ich schaue noch im Fleisch. Okay, jetzt haben wir auch noch ein bisschen was laufen lassen können. Ich glaube, wir können das ein bisschen fliehen. Aber ich denke, dass es ... Oh, okay. Also ich würde auch gerne das überdecken, den alten Untergrund. Okay. 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 nicht so funktionieren, it doesn't work. I take it with my hand, also ich schaft das einfach mit den Händen nach. Okay, ja, ein guter Versuch, aber schauen wir mal. Take it a little with the heat gun. Und ich gehe jetzt mal mit dem Heizfüllen drüber. Und wenn mir diese Stelle nicht gefällt, I don't like this area. Oh, ich habe einen Scheiß nicht. Und ich habe keinen Weiz. Ich habe keinen Weizmail. Ich habe keinen Weizmail. Ich habe keinen Weizmail. Hier, hier, hier. Okay, das ist auf jeden Fall besser. Looks like better. Okay, heißen drin, kleine Stufe. Musst du hinfahren, du slow step. Okay, ich mache ein bisschen stärker. I do it a high step. Okay. 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 Good, not perfect, but it's okay. Also, das ist nicht perfekt, aber man kann es doch durchgehen lassen. Also, ich weiß nicht, wie es ihr findet. Schreibt mir einfach in die Kommentare. Sorry. I don't know what you mean with this picture. Write me in the comments. What I think it's nice. Okay. Ich lasse es jetzt noch ein bisschen arbeiten. Das Silikon. Und dann zeige ich es euch wieder von daheim. Ja. All that works, the Silikon a little. And then you can show it from here. Okay. See you in one second. Also, wir sehen uns gleich. So Leute, ich bin wieder da. Ich habe jetzt aber noch ein bisschen Weiß angemischt. I mix it a little white too. Denn mir gefällt hier diese Seite nicht. I don't like this area. Then I make it white. Up there. Also, ich mache jetzt noch mit Weiß drüber auf. Ja, gefällt mir nicht. Und hier auch. Und hier. Und hier. Und hier. Okay. Oops. Okay. 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 so schlecht auch nicht aus. I think when I close the corners, it looks like better. Also ich finde es richtig gut geworden. Looks like good. Nice, nice, nice. Okay, jetzt sage ich es euch vor kurzem. You can look from here. Okay, bin zurück. I'm back. Look at that. Schaut im weißen Hintergrund. Ich finde es ist richtig gut geworden. Und ich hoffe euch gefällt es auch. Looks like the white surface. It's really nice. And I hope you like it, too. And look at this color. Schaut euch das Grün und das Purple an. Also ich finde es richtig gut. Gelungen. Auch hier diese weiß. The white area. Okay. Das sieht wie so ein Ausschnitt aus mit den Farben. Looks like very nice. Okay. Dann hoffe ich, dass es euch wieder gefallen hat. Und ich werde sagen, ich zeig es euch dann auch, wenn es Torchen ist. Okay. So, wow. Hier ist der nächste Tag. Ich kann es den nächsten Tag zeigen. Okay. You can see it on the edge. It's dried. Ihr könnt am Rand sehen. Also es ist schon ein bisschen getrocknet. Aber wie gesagt, das dauert halt auch einige Zeit bis es trocknet. Aber ich finde es auch richtig gut geworden. Also die Farben kam richtig gut raus. The colors, the paint comes very nice out. Gut. Also ich hoffe euch hat es wieder gefallen. Schreibt mir in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also Tschüss. Also Tschüss. Also Tschüss.